Moin und herzlich willkommen zu 1060 in Rohstoff, Tagesausgabe der Formationstäter am Dienstag, den 13. Oktober 2015 und Freunde, auch wenn sie es alle wissen, es kann nur eine Sportnachricht des Tages geben. Stefan, Chefe der Tiger, Effenberg, dreimaliger deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, Uefas Fußballer des Jahres 2001 wird Trainer vom Zweitligisten SC Paderborn, der einen Platz vom Relegationsplatz entfernt ist und damit zumindest aktuell abstiegsbedroht ist. Ich bin so gespannt, wie der Stefan Effenberg sich beschlagen wird. Bei Sky hat er immer als Experte den Fußball der 90er Jahre angepriesen. Also immer Manndeckung bei Ecken, immer zwei Leute auf die Linie und niemals den Raum decken und klang alles nicht nach dem modernen Fußball. Ich bin gespannt, ob der Stefan Effenberg so mit dem Fußball, den er selbst gespielt hat, mit der Taktik, die er selbst erlernt hat, heutzutage Erfolg haben wird. Ich drücke ihm die Daumen und gönne ihm natürlich, wenn er erfolgreich ist. Wenn wir auf die Rohstoffliste schauen, wir sehen, Crude plus 1%, Silber plus 1%, Band plus 0,5 Gold plus 0,3, Platin und Palladium weitestgehend unverändert und Airbub Gasolien sowie Kupfer mit jeweils etwa 0,6%. Wenn Sie sich diesen Chart anschauen, hier Unterstützung hochgegangen, hier Unterstützung, Unterstützung, so bumm, durchgefallen jetzt direkt am Widerstand. Monatschart der Goldminen und zwar dessen ETF. Würden Sie diesen Chart jetzt hier so kaufen wollen, K und D-Linie umeinander geschlungen, direkt am Widerstand? Ich nicht. Und was ist, wenn ich Ihnen jetzt den Tageschart zeige? Oh, gucken Sie mal hier hoch und höher und höher und höher und konsolidieren. Hast du nicht gesehen? Würden Sie den jetzt kaufen? Der Tageschart sieht stark aus. Das hier, diese rote Kerze, das ist eine sogenannte bärische Engulfing-Kerze. Das ist natürlich mehr bärisch, als es bullisch ist. Das heißt, wir öffnen in der Kurslücke. Die Bullen haben Kraft, aber dann wird den ganzen Tag diese Aktie oder dieses ETF abverkauft und am Ende kriegen wir einen niedrigen Schlusskurs. Wenn wir hier auch noch ganz viel Volumen hätten, dann wäre es bitter. Ansonsten würde ich aus so einer einzelnen Kerze nicht zu viel machen. Das Problem ist nicht nur in Anführungszeichen die Kerze. Das Problem ist, wie gesagt, wir sind genau hier an dieser Widerstandszone. Ich kann es nochmal im Wochenchart zeigen. Hier. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung durchgebrochen und wir laufen an den Widerstand. Es ist selten, dass der Markt dann einen solchen Widerstand sofort aus dem Weg räumen kann. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Tageschart. Es kann sein, dass der konsolidiert. Es kann sein, dass der diese Keilformation bullisch auflöst. Es ist eine richtig große, bullische Keilformation. Es kann sein, dass er an die 200-Tage-Linie geht und meinetwegen darüber hinaus. Wissen Sie was? Dann würde ich dem zugucken und jubeln und sagen, Mensch, das machst du ja super. Lauf ruhig noch ein Stück weiter und meinetwegen 17% verpassen. Falls der denn das macht. Ich möchte nicht eine Asset-Klasse, was immer es auch ist, schäden, wenn ich nur ganz wenig Luft habe. Noch ein Widerstand und noch ein Widerstand und noch ein Widerstand. Insbesondere dann nicht, wenn es sich um eine Trendumkehrformation eine mögliche, wir wissen nicht, ob es das ist, eine mögliche Doppelbodenformation handelt. Weil der Markt Nackenlinien, und das erzähle ich Ihnen ja auch immer wieder, zu 80% nochmal testet und von hier aus dann nochmal nach oben läuft. Und was würde denn passieren, wenn der Markt hier durchginge? Das wäre doch hervorragend. Dann hätte er auch die 200-Tage-Linie. Schauen Sie sich das an. Widerstand, Widerstand. Das ist ein potenzieller Widerstand. Wenn er den nochmal im Weg geräumt hat und das auch irgendwann mal wieder hier hinkommt, dann sind wir auf der richtigen Seite des Keils, auf der richtigen Seite dieser horizontalen Linie. Wenn er das noch mit richtig viel Volumen und einer großen Bewegung bullish auflöst, dann sitze ich da und sage, ja, lauf. Aber wenn du wiederkommst, ist das hier nicht mehr Widerstand, sondern dann ist es Unterstützung. Und dann möchte ich das gerne traden. Insofern, ich persönlich gucke mir das hier ganz entspannt an und wünsche mir auch, dass GDX hier durchläuft, weil es das einfacher macht. Weil wir hier Formationen haben, die haben wir bullish ausgelöst, wir sind endlich mal aus der Formation raus und dann warte ich darauf, dass er mir hoffentlich, ich weiß nicht, ob er es macht, ein Pullback macht und dann haben wir nach Bestätigung der Unterstützung das Potenzial nochmal etwas auf der bullischen Seite zu traden. Dafür muss man natürlich Geduld haben. Dafür muss man an der Seitendinie stehen und sagen, nee, das nicht, dieses nicht, jenes nicht und wenn es einfach wird, dann will ich mit dabei sein. Bei Gold hat sich nicht wirklich was getan, deswegen möchte ich Ihnen einmal Silber zeigen. Also Silber bearbeitet nach wie vor hier diese 200-Tage-Linie und diese roterfallende Linie. Doppelter Widerstand, K und D-Linie fangen an sich umeinander zu umschlingen, das heißt die Bullen zeigen Stärke, befinden sich aber auch im Bereich einer größeren Widerstandszone. Auch hier durch die 200-Tage-Linie möchte ich persönlich nicht traden, weil es sowas gibt. Raus und wieder rein. Hier gescheitert, kannten wir sowas schon mal. Okay, hier hat das so ein bisschen mehr bullische Bewegung gemacht. Durch die 200-Tage-Linie trade ich persönlich nicht gerne. Es ist möglich, wenn der Markt hier diese horizontale Widerstandszone im Bereich von 16,20 aus dem Weg räumt. Lassen Sie mich das Ihnen, kann ich Ihnen 6-Stunden-Zahl zeigen? Ja genau. Also schauen Sie, wir hatten hier ein Dreieck. Unterstützung, 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 bärisch aufgelöst worden. Wenn der hier hochlaufen will, 16,50, 16,60, je nachdem wann er da hinkommt. Und dann auch noch die obere Begrenzung des Dreiecks ist auch noch hier. Also es wäre ein Kreuzwiderstand. Wenn er das Bullisch auflöst, könnte er da hinlaufen. Hat er das Potenzial? Jetzt direkt ein Ausbruch durch die 200-Tage-Linie. Für mich persönlich nicht interessant. Möchte ich nicht auf der bullischen Seite traden. Kann da nicht für andere sprechen. Wenn wir uns Gold anschauen, äh, verzeih es bitte, wenn wir uns Brand anschauen, da hätte ich Ihnen gesagt, ja, der Markt kann hier noch ein bisschen weiterlaufen in Richtung 55. Aber jetzt noch mal Additiv Bullisch rein, ist nach meinem Dafürhalten nicht lohnenswert. Falls der, was er nicht machen muss, noch mal zurückkommt hier an diese Unterstützungszone. Rote Linie, 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, aufsteigende Trendlinie und diese Unterstützung bestätigt, dann wäre es interessant, im Moment sehe ich nur eins. Hässliche rote Kerze und das hier ist eine Konsolidierungskerze. Die Konsolidierung kann bärisch aufgelöst werden. Mhm. Dann würden wir die Bewegung einfach fortsetzen oder diese Unterstützung kann greifen. Der Markt macht über die kleinere Zeiteinheit eine Trendumkehr mit dieser mehrfachen Unterstützung. Wenn man sich anguckt, was hier alles für Unterstützung da ist, auch ich glaube über den 4-Stunden-Chart kann man das sehen. Wir hatten hier eine fallende Linie. Hier. Widerstand, Widerstand durchgegangen. Diese Zone, 49 bis 49,60 scheint eine größere Unterstützung zu sein. Der Markt muss diese Unterstützung, verzeihen Sie bitte, erstmal bestätigen. Und wenn diese Bestätigung stattgefunden hat, dann hat der immer noch Potenzial. Je nachdem wann diese Bestätigung stattfindet, hat er immer noch Potenzial hier 5% in Richtung des Hochs zu machen. Ob es denn darüber hinaus gehen wird, ob der die 55 macht, ob der ein bisschen kleineres hoch macht, das weiß ich nicht. Und deswegen, wer da ist auch ein Trade über den Stunden-Chart vielleicht, was mich interessieren würde. Ich würde jetzt nicht hier draufsetzen, dass der sonst wohin läuft. Zumal wir im Bereich, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube 55, wollen wir mal zusammen schauen. Im Bereich von 54,78. Die 20 Wochen Linie ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der hier horizontaler Widerstand, 20 Wochen Linie, dass er dann sofort da durchgeht, eher unwahrscheinlich. Deswegen, wenn das hier bestätigt wird und es eine Fortsetzung geben sollte, dann ist das Ziel im Bereich von 54 bis 55. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie dran. Setups können funktionieren. Setups können gegen uns laufen. Verluste sind Teile des Geschäfts. Wenn Sie eine Firma haben, dann müssen Sie Raummiete zahlen, dann haben Sie Mitarbeiter, dann haben Sie dieses und jenes und so weiter und so fort. Diese Kosten hat der Trader nicht. Seine Kosten sind seine Fehltrades. Das ist ein Teil des Unternehmens. Wichtig ist aber, dass man die Kosten im Griff hat. Und das kann man nur, wenn man auf seine Positionsgröße achtet und natürlich mit einem Stop-Loss tradet. Und deswegen traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss, wenn Sie mögen, gibt es nachher noch eine Devisenausgabe von Tom auf unserer Homepage. Und selbstverständlich, morgen gibt es eine Einzelwerteausgabe. Silber wird für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. 500 bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamid Esnashari und selbstverständlich wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie es nicht sind, wünsche ich Ihnen noch viel, viel, viel mehr, dass Sie hoffentlich bald genießen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdretern doch bitte gewogen. Und wenn Sie uns Formationsdretern doch bitte gewogen.